Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. What the fuck? Alter, nur weil es Level 5 ist? Really? Du bist ja auch nur 10 Level mehr. Alter, what the fuck? Boah, wird man schon rausgemobbt, nur weil man Level 5 ist, ey. Von einem Level 15er, ernsthaft. Sorry, also das geht ja gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Ne. Ich weiß nicht, ich hab jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, was da stand. Egal. Wahrscheinlich eh nur personelle Blutpunkt-Armee-Förderung oder so. Ja, ja. Ey, das ist ja... Boah, wenn ich sowas lese, da krieg ich ja schon die Kretze, ey. Nur weil er Level 15 ist und dann sagt er, ja, Level 5er, geh mal weg, ey, 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 ey. Ich hatte gesagt, ey, Level 15er, geh du raus, ey. Ich bin immerhin 34, ja, es ist ein Minimum hier. Ey, so viel Krach, wie der Typ macht. Ja, dann noch du, komm. Mach! Jetzt bin ich weggegangen. Extra für dich. Du bist Level 5, also siehst du, dass du ein paar Items findest. Bin ich mal wieder... Fuck. War das nicht der, der gerade eben... Ne, Ufu. Ufug war das. You fuck. One. You fun tuck. You fuck one tuck. Okay. Okay. Im Keller. Im Keller. War nicht Crea Force. Der mit Level 20. Ja, Ausschlussverfahren. Ja, Ausschlussverfahren. Oh, da vorne. Ein Baum, okay. Der Typ, da steht bestimmt die ganze Zeit eh nur im Schrank, ey. Naja, okay, einer muss ja Generatoren grad eben repariert haben. Jetzt ist halt die Frage, ob man den abhängen kann. Super. Ja, das war der, der ich schon halb fertig repariert hab, du Bonze, ey. Okay. Sorry. Ich überleg grad, wo ist denn hier noch einer? Das heißt überlegen, also eigentlich such ich. Da vorne ist einer im Feld, der ist noch nicht an. Da kämmt der Typ bestimmt rum. Ach, das ist der, den ich am Anfang angefangen hab. Also wollte ich mal weg, ich war nicht. Der hängt jetzt gleich am Hauken am Baum, oder? Ich seh den nicht. Wohin schleppt er den Typen? Oh. Ich glaub ich werde es bereuen. Er hat grad eben in meine Richtung geguckt. Ja, also wenn ich dich jetzt... Also nochmal häng ich dich nicht ab. Ich kann ja wenigstens so tun, als würde ich versuchen dir nochmal zu helfen. Ja. Ja. Also ein zweites Mal hole ich dich da auch nicht nur raus, ne? Also ein drittes Mal wäre das jetzt. Dafür, dass das der Level 15er ist, der gesagt hat, alter 5er geh raus. Habe ich den aber ziemlich nett behandelt bis jetzt. Der kommt. Der kommt hier hin. Ich lauf. Die hatte ich zweimal, wenn der jetzt nochmal am Haken hängt, dann ist er drin. Vielleicht beim Baum die Hedge. Alter, wie der rumkreischt. Jetzt weiß ich, warum es Jake auch diesen Perk gibt mit dem weniger rumkreischen. Alter. Ich war viel zu nett zu dem. Ist der jetzt einmal ums ganze Gebiet rumgelaufen? Ich glaube, der versucht es von der anderen Seite genau an dem Tor raus zu... Aber wenn der da steht und kämmt, vielleicht soll ich lieber das andere Tor aufmachen. Der ist in der Nähe irgendwo. Ist das das Tor, was auf ist? Lauf! Lauf! Really? Lauf jetzt! Bitch! Du hast nur gewonnen, weil ich dir geholfen hab, Alter. Du wärst ja genauso tot wie die da. So. Muss jetzt mal gesagt sein. Sorry. So, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ey. Und bitte keine niedrig leveligen Leute raus mobben, ja? Wer weiß, vielleicht haben die ja auch ne Mac mit Level 30 oder 40. Das weiß man nicht. Es wird nur das Level von dem einen Charakter angezeigt, dem man gerade spielt. Und nicht noch von den anderen. Also bitte nicht raus mobben. Das ist jetzt mein Statement für diese Folge. So. Eigentlich hätte ich ihn hängen lassen sollen. Aber ich bin ja nicht so. Bis dann, tschüss!